Körnfrisch 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 Musik Also kaum möchtest du mal einen Schluck in Ruhe machen, dann musst du schon wieder einen den Stundenlohn zahlen für die Vertretung. Ja, meine lieben Hochzeitsgäste, es ist immer eine harte Arbeit für die Weiberleute, bis sie so einen Mannsbult endlich untertauben gebracht haben. Aber wenn man dann selber als Gast auf so einer pfundigen alpenländischen Bauernhochzeit ist und wenn man unser Brautpaar, ein Hansl und seine Resi, so verliert Sicht, dann kommt einem die ganze Heiraterei gar nicht mehr so tragisch vor. Ja, und der gleichen Meinung sind übrigens auch unsere Königsbuben, wenn sie jetzt für uns singen und spielen, ja, wenn das so ist. Musik 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 Musik